So, da sind wir schon wieder zurück, kleines Infovideo, Fortnite hat eben ein neues Video rausgehauen, beziehungsweise schon vor 1-2 Stunden ungefähr. Ich habe es eben ja schon mal angeguckt, wir können aber gerne mal zusammen reingucken, vielleicht ist das so eine kleine Deutung, was noch eventuell passieren kann, denn wir wissen ja, der Battle Pass dauert leider noch bis Februar, aber wir gucken jetzt einfach mal rein und abfahrt. Ich bin halt echt mal gespannt, ob noch was kommt. So, hier sehen wir ja schon, es ist überall verfügbar, klar, Winterfest an sich ist schon am Laufen, aber vielleicht kommt da noch mehr, wir müssen einfach mal ein bisschen abwarten, aber wir gucken gerade noch weiter, sind ja noch nicht zu Ende. So, das war es schon, ist immer nur ganz kurz, soll halt immer so ein bisschen auf irgendwas hindeuten. Ich meine, es kommt jetzt erst, bedeutet eigentlich, da müsste eigentlich noch was kommen, weil wir sollen ja Eisfischen gehen. Die Frage ist aber, zu Aufgaben, zu Eisfischen hatten wir ja noch nicht unbedingt, klar, da mal einen Eishöfel kaputt schlagen, da mal das nehmen, aber eigentlich hat das ja alles nur mit dem, äh, sag schon, mit dem 14-Tage-Event zu tun, aber vielleicht kommt da noch mehr. Aber so, wir können, glaube ich, gespannt sein. Wenn du mehr erfahren willst, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag, haut rein!